Best Buy veröffentlicht, John Wick Teil 1 bis 3 in einer sehr schicken Steelbook-Edition. Hierbei wird der Film oder die Filme besser gesagt in UHD veröffentlicht werden, also in Ultra HD. Wie viel Sinn das macht, wenn jetzt eigentlich schon ein vierter Teil bevorsteht, das sei mal dahingestellt. Aber ich muss sagen, die Edition alleine sieht gar nicht so verkehrt aus. Preislich sind wir hier auch bei 79,99 Dollar, zumindest angekündigt bei Best Buy. Und ich finde, ist auf jeden Fall mal was anderes und schon ein schickes Teil. Dann haben wir noch was bei Best Buy und zwar haben wir Black Panther, Wakanda Forever hier in zwei verschiedenen Steelbooks gelistet. Genauso wie bei uns und hier sind dann beide Steelbooks schon komplett abgelichtet sozusagen mit Vorderseite, Spine, Rückseite und auch Innenprint. Und dann haben wir hier eben nochmal die zweite Variante, Steelbook-Variante auch mit Vorderseite, Rückseite und Innenprint. Also der Innenprint schaut mal echt nice aus. Warum sage ich das? Weil das Ganze natürlich auch bei uns gelistet ist. Wir sehen es hier, Bestseller Nr. 1 war es für kurze Zeit, wurde jetzt abgelöst von den Rocky Steelbooks. Und ich muss sagen, dieser Steel hier, der sieht irgendwie voll billig aus. Also das ist kein so richtiger Airbrush-Stil, das ist irgendwie wie mit so einer günstigen Handy-App produziert. Meiner Meinung nach, gut, die Geschmäcker sind verschieden. Das sieht beim zweiten schon wesentlich besser aus. Ja, aber gut, so ist es nun mal. Wie gesagt, hier habt ihr nochmal die Übersicht. Müsst die Katze nicht im Sack kaufen, denn ich gehe mal davon aus, dass die Steelbooks gleich sein werden. Dann haben wir noch etwas, wo noch keine Bilder da sind bei Best Buy. Und zwar haben wir Star Wars, eine neue Hoffnung, 4K Ultra HD, Best Buy Exclusive. Ja, soll zum zweiten, fünften, das ist immer so verwirrend bei den Amis, hat man zuletzt ja auch beim Livestream gehabt, beim Horror Livestream, dass man das umtauschen muss. Da wird immer der Monat zuerst genannt und dann der Tag. Macht ja auch Sinn, zum 4. Mai, vor dem 4. Mai, hier dann wieder noch was Neues von Star Wars zu bringen. Und die Ursprungs-Trilogie sozusagen, die kommt jetzt hier dann in 4K Ultra HD Steelbooks nochmal neu raus. Preislich 35,99 Dollar. Sobald hier irgendwelche Artworks bekannt sind, werde ich das natürlich nachreichen. Dann haben wir noch etwas zu Rick & Morty hier bei Walmart und zwar haben wir hier Season 6 gelistet. Ja, auch schon mit dem Steelbook-Cover vorne drauf. So wird das Ganze ausschauen, sage ich euch, weil es auch bei uns schon gelistet ist. Das ist noch nicht freigeschaltet zum 30. März 2023, wird aber höchstwahrscheinlich genauso aussehen wie dieses Steelbook. Dann haben wir noch was zu Black Adam und zwar Mantalab steigt hier ein ins Steelbook-Rennen sozusagen von Black Adam. Die veröffentlichen, ja, wieder einige Editionen in einem One-Click-Box, wo dann ein exklusiver Fullslip drin ist, exklusiver Lentikular-Fullslip und exklusiver Double-Lentikular-Fullslip. Natürlich der Film in 4K UHD enthalten. Und es gibt auch noch ein exklusives Steelbook hier mit dazu. So wird das Ganze ausschauen und wenn man Mantalab erkennt, dann weiß man, dass es mit großer wahrscheinlich Hochglanz sein wird und dann auch noch geprägt. Aber ich gehe mal davon aus, dass hier entweder eine Rahmenprägung dabei sein wird oder eine Titelstanzung. Lassen wir uns mal überraschen. Charakterkarten gibt es noch dazu, 36-seitiges Booklet und dann noch ein paar Postkarten in einem schönen Umschlag. Kennen wir ja und ich weiß nicht, irgendwie macht es mich trotzdem nicht so an, aber mal abwarten. Ja, hier habt ihr noch den exklusiven Fullslip und da haben wir dann auch noch den exklusiven Double-Lentikular-Fullslip. Also von den Motiven her sieht es ja ganz geil aus, aber Film soll auch nicht so prickelnd sein und irgendwie, ja, reizt mich der Film nicht so. Aber mal abwarten, das ist dann das mittlerweile fünfte Steelbook angekündigt zu diesem Film. Wir haben in Deutschland ja schon zwei Steelbook-Varianten. Hier haben wir die Standard Steelbook-Variante. Dann haben wir hier die 4K Ultra HD-Variante. Und dann gibt es noch zwei verschiedene Cover-Motive in Frankreich. Eines gibt es hier bei Amazon Frankreich gelistet. Schaut von den Motiven her meiner Meinung nach am besten aus. Ja, auch der Innenprint richtig geil. Und dann haben wir hier noch ein Shop-exklusives aus Frankreich, das wie folgt aussieht. Also, dann haben wir, wie gesagt, fünf Steelbooks mittlerweile. Schon ganz schön heftig. Dann geht es weiter mit aktuellen Kinofilmen, die, ja, jetzt gerade noch über die große Leinwand ausgestrahlt werden und dann später auch im Heimkino erscheinen werden. Ja, wir haben gesehen, Sony macht eine andere oder fährt da eine andere Schiene in Deutschland zumindest. Aber andere Labels legen hier natürlich nach fürs Heimkino. Fahren eine andere Strategie. Und hier haben wir zum Beispiel Megan. Hier fürs Heimkino angekündigt zum 30.03.2023 auf Blu-ray. Außerdem natürlich auch der gestiefelte Kater mit brandneuem Minimovie. Also auch richtig cool. Ich freue mich auf den Film. Bekommt ja auch hauptsächlich sehr gute Kritiken. Bei Operation Fortune war ich sogar selbst im Kino diese Woche gewesen. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mich gut unterhalten. Auch wenn es Rat nicht neu erfindet. Auch wenn man weiß, wie der Film verläuft. Aber es ist halt so ein Männer-Action-Film. Ein echt cooler Abend-Popcorn-Kino und coole Sprüche, coole Action. Gut aufgelegte Stars. Vor allem Hugh Grant meiner Meinung nach stiehlt allen. Die Show hat mir echt am besten gefallen im ganzen Film. Und ich werde darüber noch eine Kurzkritik mal verfassen. Aber ihr wisst auf jeden Fall, der hat mir gefallen. Im Vorfeld zu Operation Fortune lief der Trailer von A Plane. Der sah auch nicht schlecht aus mit Jared Butler. Und da freue ich mich auch sehr. Der wird auch im Heimkino erscheinen am 19. Mai 2023. Und ist noch gar nicht im Kino erschienen. Sondern kommt erst im Februar ins Kino. Also ihr seht, das passt schon. Genauso verhält es sich mit Shotgun Wedding. Darüber habe ich schon mal berichtet. Über diese Romantik-Action-Komödie mit Jennifer Lopez. Wo sie zusammen mit ihrem Ehepartner hier kurz vor der Hochzeit ein bisschen kalte Füße bekommen. Dann treten ein paar Gangster auf dieser tropischen Hochzeit hier auf. Nehmen alle Teilnehmer als Geiseln. Und die beiden kämpfen dann, um ihre Familie zu befreien. Und kommen sich dann natürlich wieder näher. Man kennt das Ganze ja. Aber unter einer schönen Kulisse könnte das auch eine ganz unterhaltsame Komödie werden. Und auch die ist noch nicht mal im Kino angelaufen. 19. Januar ist hier der Start. Aber schon vorbestellbar fürs Heimkino. Also Leute, keine Panik. Dann haben wir hier noch Hot Seed mit Mel Gibson. Und da habe ich mir vorhin die Inhaltsangabe durchgelesen. Der erscheint jetzt schon Ende Januar. Und scheint ein cooler Streifen zu sein. Da geht es um einen ehemaligen Hacker, der mittlerweile jetzt als IT-Spezialist arbeitet, die Seiten gewechselt hat, doch eines Tages unter Druck gesetzt wird. Weil man sagt, hey, unter deinem Sitz ist eine Bombe. Und wenn du nicht machst, was wir dir sagen, dann töten wir auch noch deine Familie. Und das ruft dann den Bombenexperten in Form von Mel Gibson auf den Plan. Der hat jetzt auch gar nicht so schlechte Bewertungen bis jetzt. Kann man nicht immer viel darauf geben. Ich weiß schon. Aber das haben wir im Vorfeld auch schon anders gesehen. 26. Januar ist hier dann Release-Datum. Dann haben wir noch The Price We Pay mit Stevendorf und Emil Hirsch. Das könnte auch ein richtig spannender Streifen werden. Da geht es um die beiden Typen, die einen Überfall machen. Dann eine Geisel nehmen, sich auf einem abgelegenen Bauernhof sozusagen, zurückziehen auf so ein Landhaus. Und dann geht es richtig. Aber die Polizei ist dann ihr kleinstes Problem. So zumindest heißt es in der Inhaltsangabe. Und das könnte ein richtig derber Überraschungsstreifen sein. Die beiden Hauptcharaktere sind ja auch ein paar richtig coole Schauspieler. Zumindest Stevendorf. Und das Ganze stammt vom Regisseur Kitamura. Ich bleibe beim Nachnamen, weil ich den Vornamen wahrscheinlich sowieso wieder versau. Und der hat ja schon Midnight Meat Train gemacht. Und mit einer FSK 18 könnte das hier vielleicht durchaus was wären. Dann haben wir noch was im 4K-Bereich. Training Day bei uns leider nur in der Keepcase-Variante angekündigt zum März. Es bleibt höchstwahrscheinlich dabei. Die ganzen Steelbook-Variationen sind im Ausland überall schon gelistet. Und bei Universal Pictures ist leider nichts mehr nachgeschoben worden. Etwas schade. Aber zumindest haben wir ja bei unseren italienischen Nachbarn die nahe Import-Möglichkeit sozusagen. Dann hätten wir noch was für alle Harry-Potter-Fans. Und da haben wir fantastische Tierwesen eben jetzt. Und Harry Potter eine Elf-Film-Collection. Das ist klar, mit jedem neuen Teil kommt eine neue Collection raus. Und preislich sind wir da bei 99,99 Euro. Das ist für Filme in 4K jetzt gar nicht so derbe schlecht, muss ich sagen. Angekündigt zum 23.03.2023. Und zum Ende hin des Märzes haben wir dann hier noch Top Gun 1 und 2, 4K Ultra HD und Blu-Ray. Da gab es ja diese Super-Fan-Collection mit den beiden Steelbooks und so. Die wirklich überteuert war. Meiner Meinung nach das Geld nicht wert war. Und jetzt wird hier dann so ein Double-Feature nachgereicht eben für 49,99 Euro. Und wenn man da ein bisschen wartet, dann wird es mit Sicherheit auch günstiger. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, meine Freunde. Schönes Wochenende. Hoch die Hände. Wochenende. Ja. Macht's gut. Auf bald. Und Servus. und Servus. Untertitelung des ZDF, 2020